Na dann... ...ne, ist es sehr gut. Wat? Ja. Da ist nichts. Aber wunderschön siehts hier aus. So, auf der Kiste. Rhino! Alpen Rhino. Oh, die Münze. Ja, da hätt ich, äh, so'ne scheißen Mangel gehabt. Kann ich meinen Rhino eben wegparken? Das ist mal ein Level wahr. Ja, ne, das, das, das... Ich hoffe, ich kann noch an diese Starde, oder? Oh, zwei Bananen. Wo ist Marino? Ah, ich hab's doch extra weggeparkt. Hm. 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 オッ ... ... ... Scheiße! Alter! Natürlich! Drücke ich wieder auf den Knopf, während ich das gar nicht wollte. Scheiße. Ich verbrauche die ganze Superpower sinnlos. Jetzt bleibe ich aber auf dem Rhino. Kann er eigentlich auch laufen? Achso! Ich brauche doch gar nicht runterstecken. Achso, wir können damit nur fliegen, weil die Kleine ihre Haare hat. Okay. Die Rhino ist direkt kaputt beim ersten Beschlag oder so. Oh, krass. Ja, jetzt steckt da so ein Nashorn drin. Loll! Was soll ich tun? Oh, da kann ich das einfach überhaufen rennen. Okay. 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 Die ist nicht weg. Okay. Ich hab das einfach nicht weg. Alles klar. Bildung ... Trasso, Oli. Alter, nein. Ah, hätte ich Schuss gewusst. Los. Geht hier. Also nicht stehen bleiben. Geht hier. 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 Ja, ha, ha! Komm mit, mein Rino Ich glaube nicht, dass ich das büren sollte Scheiße Ich zu gierig war, jetzt war ich voll in meinem Rausch, weißt du Oh no In meinem Rino-Rausch So knapp Die Berge brechen zusammen, oh Gott Ja, 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 das war's dann mal wieder Für das Lab Das ging aber recht fix Wahrscheinlich wegen dem Den Notsauce Soll schon Rihon sein Irgendwo gibt's hier einen geheimen Ausgang, bestimmt Ich seh das doch Laube Lau, 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 Be, Si, Wat Irgendwas ist hier komisch Ja genau, ich bin doof Ich will noch Cranky wieder mitnehmen Geil Level gefallen mir übelst toll Fühle ich schön Die Musik ist schön Level sehen schön aus Das ist eigentlich ein schönes Spiel Da komm ich so gar nicht noch an Vielleicht soll ich doch Dixie nehmen Das mach ich jetzt Erstmal würde ich hier was ausprobieren Tür einschmeißen hier Geht nicht Kacke Daneben Achja Wo kommen die Blätter eigentlich her Ich kann da nicht so weit draufkläten Wo kommt der denn auf einmal her War der vorhin schon da Ach Kacke Ach so Darum sind die Dinger da Jetzt verstehe ich das Na komm mal die Schnauze Ich kann das Ein Wildschwein, ne? Der passt ja hierzu Kann ich hier meinen Charakter tauschen? Das ist ein brennender Vogel aus dem Eis Oder was es nicht alles gibt Oh, 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 was ist es denn das? Hey, das kommt mir noch bekannt vor Oh, 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 oh Ah, so geht das Ach, warte mal Wenn ich das drücke, die ganze Zeit den Knopf, dann rollt er die ganze Zeit in der... Warum wusste ich das bis jetzt noch nicht? Weil ich blöd bin oder so, ne? Dafür muss ich den Knopf auf die ganze Zeit drücken Alter, der bringt mich durcheinander Oh 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 Nein, ich hab Dixie kaputt gespielt. Oh nein. Na sehr schön, schon wieder Scheißfehler gemacht, weil ich mit mir die Knöpfe verdriebe. Ich seh mal genau, wann das aufgefüllt wird, wie das jetzt aufgefüllt wird. Ich dachte schon, dass wir da oben bleiben. Schon wieder geht Dixie in den Arsch, warum? Oh, ich hab Wukong. Oh, ich hab, äh, ich bin schon. Oh, 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 ich bin schon. Was wird das denn jetzt? Alter, dieser Scheißmanne. Ich bin schonensemann, hä? Hä? Ich muss auf die Musik hören Das gefällt mir so übelst geil Erinnert mich so ein bisschen an Donkey Kong Ach, das war so geiles Spiel So ein Remake wäre immer ganz lustig Aber nicht extra mit einem neuen Controller Ich schule an die Bananen Nooo! Oh! 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 Oh!